Liebe Videogemeinde, ich begrüße Sie heute zur neuen Videobotschaft. Der Papst in Rom, für ihn gibt es verschiedene Titel und Bezeichnungen. Und eine Bezeichnung, die ich wunderschön finde, ist der Titel und die Bezeichnung Pontifex. Pontifex ist ein lateinisches Wort und heißt auf Deutsch Brückenbauer. Und unser Papst Franziskus war vor einer Woche unterwegs als Brückenbauer im Irak im Nahen Osten. Das war eine ganz besondere Mission, vielleicht haben Sie das auch in den Medien verfolgen können, mit ganz beeindruckenden Bildern und in einer sehr besonderen und auch schwierigen Situation. Warum ist Papst Franziskus in den Irak gefahren, was ja sehr, sehr gefährlich ist. Er ist dort aus zwei Gründen gefahren, weil in der Zeit des IS die Christen und andere Minderheiten dort unter brutalsten Bedingungen leben mussten und viele, viele Tausende, Zehntausende von Christen entweder vertrieben wurden oder sie wurden getötet. Und der zweite Punkt ist ja dort gewesen, um am Dialog mit den Muslimen zu arbeiten. Die Situation der Christen war in der Zeit des IS, drei Jahre IS im Irak, eine katastrophale Situation. Es sind sehr viele umgekommen, Kirchen sind zerstört worden und sie haben es auch sicherlich in den Medien verfolgt. Die Jesiden, eine andere Minderheit im Irak, sind brutal verfolgt worden. Die Frauen wurden verkauft als Sklavinnen und auch die Kinder wurden als Sklaven und Sklavinnen verkauft. Papst Franziskus ist dort gewesen, um diesen Menschen in vielen sehr persönlichen und sehr emotionalen Begegnungen nahe zu sein, um ihnen zuzuhören und um das Leid und ihre Verletzungen mit ihnen zu teilen. Der Papst ist sehr empathisch und hat einfach ihnen zur Seite gestanden und hat sie nicht nur vom fairen Rom aus unterstützt, sondern ganz persönlich im direkten Kontakt. Die zweite Absicht des Papstes, Papst Franziskus, wollte etwas tun für den Dialog, für den Dialog der Religionen, für das Miteinander. Und Sie erinnern sich vielleicht auch an die wunderbare Begegnung mit dem obersten Ayatollah der Schiiten, den Papst Franziskus getroffen hat in einer ganz schlichten Atmosphäre, Es waren zwei alte Männer, zwei tiefgläubige Männer und das fand ich sehr bewegende Bilder zu sehen, wie die beiden als Vertreter zweier Religionen in einer großen Einmutigkeit, in einem großen Respekt voreinander zusammen waren. Die zweite große Begegnung, die sie mich sehr berührt hat, war die Begegnung in Ur. Ur, das ist der Ort, wo Abraham herkommt. Ur war eben im Zweistromland, dort hat er gelebt und ist später dann ja losgezogen ins gelobte Land. Aber zuerst hat er gelebt in Ur. Und Abraham, und das ist das Interessante, Abraham wird verehrt von den Juden, von den Muslimen und von uns Christen als der Stammvater des Glaubens. Wir sind alles abrahamitische Religionen, die monotheistischen Religionen. Und Abraham wird überall in diesen drei Religionen verehrt und das verbindet uns auch miteinander. Und so hat Papst Franziskus es gewünscht und so wurde es dann auch gemacht, dass man ganz bewusst an diesen Ort gegangen ist, nach Ur. Und dort gab es ein Treffen verschiedener Religionen in einer großen Freundschaft, in einer großen Ehrlichkeit. Und da hat der Papst eine wunderbare Rede gehalten. Er hat gesagt, hier in Ur war es so, dass Abraham gesagt wurde, schau auf die Sterne, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Papst Franziskus hat gesagt, genauso ist es gewesen. Die Juden, die Christen, die Muslime, alles Nachfahren von Abraham. Und Papst Franziskus hat sehr dafür geworben, dass er sagt, eine Religion ist immer dafür da, für Gott da zu sein und für die Menschen da zu sein. Und eine Religion kann nicht gewalttätig sein. Und er hat davor gewarnt und gesagt, wir müssen alles dafür tun, dass die Religion nicht von irgendwelchen Terroristen und gewalttätigen Gruppen instrumentalisiert wird. Und hat eben gemahnt, Religion ist immer etwas, wo die Würde jedes Menschen akzeptiert wird, auch die Würde des Andersdenkenden. Und er hat auch davon gesprochen, welche Kraft von diesen besonderen Orten wie Ur ausgehen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir in den Begegnungen, die wir haben mit Andersdenkenden, ob das politisch Andersdenkende sind oder Menschen anderer Religionen, dass wir diese große Toleranz haben. Diese Achtung vor Menschen, die anders denken als wir. Das ist für jeden von uns und für unsere Gesellschaften wichtig. Aber es ist ganz wichtig eben auch für unsere Religion. Wenn die Religionen im Frieden miteinander leben können, dann ist das ein wesentlicher Baustein zum Frieden auf der Welt. Und so wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen für diese neue Woche.